Surah 81, At-Takwir, das Einrollen, offenbart zu Mekka 29, Ayet. Im Namen Allahs, des Al-Abamas des Barmherzigen, wenn die Sonne eingerollt ist, und wenn die Sterne trübe sind, und wenn die Berge fortbewegt werden, und wenn die trächtigen Kamelsstuten vernachlässigt werden, und wenn wildes Getier versammelt wird, und wenn die Meere zu einem Flammenmeer werden, und wenn die Seelen gepaart werden, und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, für welch ein Verbrechen wurdest du getötet? Und wenn die Schriften weithin aufgerollt werden, und wenn der Himmel weggezogen wird, und wenn die Al-Jahim angefacht wird, und wenn das Paradies nahe gerückt wird, dann wird jede Seele wissen, was sie mitgebracht hat. Doch nein! Ich schwöre bei den rückläufigen Sternen, den voraneilenden und den sich verbergenden, und bei der Nacht, wenn sie vergeht, und ich schwöre beim Morgen, wenn er zu atmen beginnt, dass dies in Wahrheit ein Wort eines edlen Boten ist, der mit Macht begabt ist, bei dem Herrn des Throns, und in Ansehen steht, dem gehorcht wird, und der getreu ist, und euer Gefährte ist nicht ein Besessener. Wahrlich, er sah ihn am klaren Horizont, und er ist weder geizig hinsichtlich des Verborgenen, noch ist dies das Wort Satans des Verfluchten. Wohin also wollt ihr gehen? Dies ist ja nur eine Ermahnung für alle Welten. Für denjenigen unter euch, der aufrichtig sein will. Und ihr werdet nicht wollen, es sei denn, dass Allah will, der Herr der Welten. Und ihr werdet nicht nachici sticky sein will, seas bist du einfach da mit dirceu. Und ihr werdet nicht mehr weg, und ihr werdet nicht mehr weg, Aber es ist mir egal, die ja dulce ist es alles assertiver gekommen. Vielen Dank.